so hallo an euch alle schön dass ihr eingeschaltet habt hier zum zweiten unboxing videos im juni nachdem es vor 14 tagen meinen kleine review sage ich jetzt mal zum talk to me media book gab habe ich heute für euch ein media book das ich sage jetzt mal schon ein bisschen älter ist dass ich mir aber auch ende 2023 zugelegt habe ich habe ein talk to me unboxing ja schon angesprochen ich erwähne es noch mal kurz falls ihr das nicht gesehen habt ich habe noch so ein ungefähr so ein stapel media books rumliegen die ich teilweise wie gesagt ende 2023 mir noch besorgt habe die jetzt darauf warten nach und nach euch präsentiert zu werden und auch da gehört gehört das auf diesem stapel war auch das heutige media book von einem horrorfilm den ich damals als der film rauskam das war 2020 respektive 2021 ich weiß gar nicht ob es 20 also es war auf jeden fall in der zeit des großen c's als der film rauskam den ich damals wirklich sehr geliebt habe oder immer noch liebe der mich damals auch wirklich überrascht hat und ich weiß noch ich hatte damals eine freikarte bekommen und die habe ich dann weil ich den film schon gesehen hatte natürlich moritz vertrauenswürdiger weise überreicht und der hat sich dann vom auch anguckt und soviel ich noch im kopf habe war ja damals auch begeistert wir hatten ja auch im podcast mal darüber geredet und zwar geht es um der mortuary einen wie gesagt einen antal einen horrorfilm der aus verschiedenen geschichten besteht die das heißt man durch eine rahmenhandlung miteinander verbunden sind und der basiert auf einem kurzfilm den kurzum habe ich mir übrigens auch angeguckt und jeder der diesen der mortuary sieht sieht gleichzeitig auch den kurzfilm weil eine dieser geschichten die da drin kommt ist dieser besagte kurzfilm mit dem der regisseur damals ich gucke bloß wie hieß oder heißt der regisseur ryan spindell mit dem er bei vielen festivals sehr viel positiven anklang gefunden hat und dementsprechend hat man ihm ein gewisses budget in die hand gegeben und gesagt so jetzt machen mal daraus bitte einen langfilm und das ist dann der mortuary es geht um die stadt ravens end und die da gibt es einen bestatter das ist der montgomery dark wird von clancy brown gespielt ist es ja im weil den schauspielern eigentlich ein bekannter name und der kümmert sich halt quasi um diese ganzen beerdigungen und eines tages kommt ein junges mädchen die säen dass es wird von der caitlin fischer gespielt in seinem sanatorium und bewirbt sich da quasi auf eine freie stelle also der montgomery sucht quasi mitarbeiterinnen oder mitarbeiter und sie ist halt so fasziniert von dieser arbeit und beginnt dann quasi mit dem montgomery sich so kurz vor also horror kurz geschichten zu erzählen und dabei sei es mal entwickelt sich auch so eine gewisse ja welt des düsteren fantasies mit einigen wirklich wunderschönen überraschungen und wie gesagt diese kurz geschichten oder diese geschichten die da vorkommen steigern sich halt in ihrer qualität also während die ersten ein zwei so bis zum reinkommen sind wird es halt hinten raus immer interessanter und wie ich auch ehrlicherweise zugeben muss wird es auch immer besser und am ende haben wir dann ein finale das man so hätte gar nicht erwarten können aber ich möchte jetzt natürlich nicht so viel vom film spoilern beziehungsweise verweise dann natürlich gerne nochmal auf den entsprechenden podcast ist wie gesagt schon ein bisschen älter aber wir haben es auf jeden fall besprochen damals genau dann haben wir jetzt wie gesagt aufgrund weil ich den film halt mag und weil ich zufälligerweise jetzt das media book beim händler meines vertrauens entdeckt habe habe ich es mitgenommen ich weiß gar nicht ob es da verschiedene gab kann ich jetzt gar nicht sagen auf jeden fall das ist was ich habe ist auch eine 4k ultra ht version mit normaler blu ray hier haben wir quasi die rückseite und ich würde sagen wir öffnen mal die büchse der pandora um es ein bisschen dramaturgisch auszudrücken es ist übrigens ein media book von cap light pictures die haben ja auch das talk to me media book herausgebracht und wie auch bei talk to me haben wir hier quasi so ein deckblatt für die rückseite das quasi so aussieht mit der inhaltsbeschreibung vier sehnenbilder also vom layout her merkt man schon dass es kommt aus dem gleichen haus weil der aufbau von diesem deckblatt auf der rückseite sehr sehr ähnlich ist zu talk to me also da hatten wir auch so rechts versetzt die inhaltsangabe und links davon ein großes foto darunter drei kleine fotos dann den bonus die credits also da merkt man schon ist das gleiche layout auf der innenseite das habe ich jetzt bei talk to me zwar nicht erwähnt aber es ist immer bei kepler das gleiche ich habe an die nase schon wieder man hat hier quasi ein filmregal so ein imaginäres mit filmklassikern die schätze im cap light verleih gelten wovon natürlich ein großteil schon nicht mehr verfügbar ist also für jeden sammler der das zu hause hat der kann sich da glücklich schätzen und dann haben wir jetzt quasi hier die vorderseite des mediabooks wo der raster morger wo man hier den clancy brown aus dem montgomery hieß der montgomery dog ist ja auch logisch sieht mit szenen aus den kurzfilmen und hinten haben wir dann hier dieses schild mit ravens and mortuary das ist ja auch das schild was quasi vor dem vor dem sanatorium steht wo ja auch help wanted steht worauf sich ja die selben dann bewirbt genau dann schauen wir mal kurz rein hier haben wir es auch wieder wie bei talk to me eher ein mattes matte oberfläche und auf der innenseite das gleiche auch man sieht es auch hier schon es ist mattes papier hier haben wir einen clancy brown und auch hier haben wir vorne die ultra 4k ultra hier lässt sich sogar die disk ich greife schon zu weit vor merke ich gerade jetzt wollte ich euch da ja in einem anderen ding zeigen und auf der rückseite hier die normale blu ray und dazwischen das 24 seitige was glaube ich genau habe ich einen kurzen genanfall bitte es zu entschuldigen genau bevor dass ich jetzt komplett den faden verliere würde ich sagen ich baue schnell um und dann schauen wir uns an was uns oder was der mortuary für uns alles bereithält bis gleich so da bin ich wieder jetzt auf meinem präsentationstisch und nun können wir uns auch die ganzen details anschauen also wir haben hier nochmal wie gesagt vorhin genanntes rückdeckblatt rückdeckblatt und alle die jetzt noch im kopf haben das talk to me unboxing werden wie gesagt das was ich eben meinte erkennen dass das layout oder die aufteilung hier quasi gleiche ist da wird nochmal der bonus erwähnt mit 14 spannenden hinter den kulissen features die durchaus 112 minuten also da hat man quasi in spielfilm länge noch so behind the scenes sachen es sind entfallene szenen dabei es ist ein audiokommentar von ryan spindell dabei der trailer und wie schon gesagt das bootleg und hier haben wir auch noch zitate von filmkritikern oder seiten eine leidenschaftliche liebeserklärung an das horror kino sagt filmstarts und die wiederbelebung des genres bezeichnet oder als wiederbelebung des genres titelt das deadline filmmagazin hier dann wie gesagt die credits dann die angaben zu den ton und audiospuren der discs und halt hier unten quasi die sachen halt dass es von cap light ist und auch hier wieder oben und unten der mortuary vorne halt noch die fsk auslobung das ab 16 ist und dann haben wir hier auch wieder in schwarz das media book wie gesagt vorne mit sam und den montgomery und wie gesagt szenen aus diesen einzelnen kurzfilmen sag ich jetzt mal und hier wie gesagt dieses schild das quasi an der straße steht so dann schauen wir mal rein also ich habe es euch gerade schon gezeigt hier lässt sich die disk sehr sehr schön entnehmen hinter der disk haben wir dann sozusagen eine fortführung der szene wo hier der montgomery zu sehen ist und wie vorhin auch schon erwähnt mattes papier dann geht es hier los mit einer szene aus ich glaube sogar die erste kurzgeschichte ist und hier wird nochmal explizit erwähnt der text enthält spoiler und sollte erst nach filmgenuss gesehen gelesen werden und hier ist quasi wird schon angedeutet das ist ein interview mit dem regisseur ryan spindell so dann haben wir hier ravens end our story starts here und dann geht es hier los der mortuary wurde bereits 2014 unter anderem über kickstarter crowd finanziert warum war es nötig und wie lief genau da wird jetzt dann quasi erklärt die hintergründe des films die schon jetzt quasi wenn man vom jetzigen stand ausgeht zehn jahre zurück liegen und da erzählt halt der ryan ist immer sehr ausführlich sieht man jetzt auch schon dass es sich für die eine frage hier sehr sehr viel zeit nimmt oder sehr umfangreich erklärt und bei der zweiten frage das ist quasi es ist ja wie gesagt eine anthologie oder ein anthologie film in dem verschiedene subgenres abgearbeitet werden da wird ihr quasi gefragt warum es gerade horror ist und warum er horror so mag dann haben wir hier also wie gesagt ich möchte jetzt in jede frage ins detail gehen also es ist quasi das bootleg besteht aus dem interview und wie gesagt man sieht schon bei den antworten dass der ryan wirklich sehr umfangreich da immer darauf eingeht und und das da quasi auch versucht das ausführlich zu erläutern was so seine gedanken zu der frage sind und ja wie es wie man auch gewisse sachen einordnen kann und dann wie gesagt wird zum beispiel hier in der frage auf die slasher und gore schiene eingegangen äh und was er quasi davon hält und dass der film auch quasi so eine liebeserklärung an diese filme der vergangenheit sind dann haben wir hier eine schöne zeichnung äh das ist quasi dieses buch das der montgomery auch hat so dann geht es hier weiter äh genau da wird quasi hier darauf eingegangen warum diese der geschichte über diesen montgomery die rahmenhandlung ist also was da so die hintergedanken und hintergründe waren also durchaus interessante fragen wenn man gerade zu dem film viel background wissen haben will ähm und äh da wird ich weiß ja auch eingegangen der film hatte wenig budget ähm und warum er trotzdem dann so gut aussieht bei dem budget ist ja auch so eine sache die ich immer wieder erwähne dass das äh dass ein film nicht immer zig millionen budget braucht um geil auszusehen sondern wenn man wirklich die die richtigen leute hat äh die sich darum kümmern und wenn auch der regisseur die richtigen ideen und ein gewisses kreatives äh denken hat dann ähm kann man auch als wenig budget einen sehr wertig aussehenden film machen dann haben wir hier nochmal eine szene aus einer kurzgeschichte oder aus einer dieser geschichten ähm ja so kann ich es euch am besten zeigen ich weiß auch schon anhand des bildes schon welche geschichte es ist die kann ich euch auf jeden fall verraten die ist richtig skurril aber richtig gut so dann geht es hier weiter wieder mit fragen äh da wird jetzt geht es um die herausforderungen am dreh äh und auch eine sehr wichtige frage wie die reihenfolge zustande gekommen ist welche gedanken sich der ryan spindell dazu gemacht hat weil das fragt man sich natürlich während des oder nach dem film ja auch äh ob diese reihenfolge willkürlich ist ob das ob das den gewissen plan verfolgt ähm wird hier quasi erläutert so äh dann haben wir hier quasi die abschließende frage äh und da wird quasi nochmal eine frage eine sehr persönliche frage auch gestellt ähm und dann hat man quasi sieht man das äh hat der daniel wagner geführt das ist äh äh ich gehe jetzt mal von aus mitarbeiter ähm deadline magazin der da den ryan getroffen hat das ist quasi so dieses bild das man auch auf dem filmposter hat filmposter habe ich leider keines äh weil zur damaligen zeit hatte ich noch nicht die leidenschaft die poster zu sammeln ähm aber vielleicht lässt sich irgendwann mal irgendwo eins auftreiben und dann haben wir hier zum abschluss auch nochmal so eine szene aus den katakomben hinten dieses äh ja dieses äh doch unheimlichen sanatoriums wo der montgomery zu hause ist und dann haben wir hier hinten dann die normale blu-ray die ähm vom layout oder von der die hier natürlich auch wieder äh anderen druck bekommen hat und auch hier na hier muss ich schon ein bisschen tiefer reinfummeln haben wir auch dahinter einfach nur das was auf dem disk drauf ist genau abschließend machen wir noch unseren qualitätstest also ich merke schon äh hier dieses media book lässt sich deutlich schwerer also da ist deutlich mehr reibung da bedeutet natürlich auch wenn das media book irgendwo steht ist da kann sich nichts verziehen und wir haben dementsprechend eine wirklich gute qualität und auch hier haben wir drei tackernadeln also zeigt auch wieder dass hier äh nicht gespart wurde und auch hier muss ich sagen ich finde das layout so dieser schwarze mit diesem quasi ausschnitt der ausschnitte durchaus gelungen hier ist nochmal so dieser beititel jeder tot hat eine geschichte und wie gesagt rückseite dieses raven of ants mortuary schild richtig cool ähm also gefällt mir richtig gut dieses media book ähm ich erwähne es natürlich der vollständigkeit halber habe ich selbst gekauft also es ist nichts was ich geschenkt oder oder so bekommen habe sondern das habe ich mir netterweise wie ich bin selbst gegönnt ähm aber wie gesagt es gibt hier wirklich nichts auszusetzen ich kann euch auch diesen film wärmstens empfehlen ähm wenn ihr horrorfans seid ähm ich weiß bloß grad nicht ob er bei amazon aktuell ist muss ich mal gucken äh ich würde euch auf jeden Fall falls es das media book gibt noch unten verlinken falls ihr es gerne haben möchtet und dann sage ich schon mal vielen dank fürs reinschalten auch jetzt im juni für die media books für die unboxing videos und ich kann euch schon versprechen im juli geht es nahtlos mit richtig geilen äh media books weiter ähm es wird das einzige was ich mal verraten kann es wird noch es werden noch media books sein die noch vielleicht ein bisschen älter sind durchaus ähm aber wie gesagt ich möchte jetzt auch nicht zu weit vorgreifen ähm aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen da wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit bleibt gesund viel spaß beim filmeschauen bis zum nächsten mal und ciao ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal